Das Wolkenbild ist ja schon ein Traum. Ob man nicht schon fliegen könnte? Ja, es ist fast schon zu einfach. 8 Meter! Alter! Was ist das für ein geiler Tag! Der Plan ist, soweit es geht, richtig fest. Und je nachdem, wie spät es da ist, also eher nach einer gewissen Uhrzeit umzubringen, so dass ich mit 40 Schnitt ungefähr habe. Ich glaube, ob es so nach Hause kommt, dass der Plan ist. So, jetzt gucken wir mal beim grünen See. Ein Traum, diese Gegend. Es ist wirklich herrlich. So, Gleiten, 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 Gleiten. Danke, Frau, wie viele Supergüte. Es ist einfach genial, Leute. Gleitenrad mit 70 kmh. Und ja, es ist fast schon zu einfach. Hallo! Sorry! Gleiten, 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 Gleiten! Das ist schon ange monatwärts. Jetzt steigt es schon wieder mit 3 Meter, aber ich habe gar nicht eintreten. Wie die 200 Meter, da ist noch ein bis zum Basis. Ja, den Weg ist auf dem Reichweite, wirklich stark. Eigentlich macht so ein No-Safe auch Spaß, aber nur wenn es klappt. 3 Meter sogar, mal schauen. So, es ist 14 Uhr. Ich bin ca. 200 Stunden unterwegs. Wurde 93 Kilometer entfernt vom Start. Mal schauen, wie weit es noch geht. 1 Meter, 2 Meter. 2 Meter, 2 Meter, 3 Meter. 2 Meter, 3 Meter, 3 Meter, 3 Meter. 3 Meter, 3 Meter. 2 Meter, 3 Meter. Und den Rückflug werde ich auf jeden Fall über die Dauer machen. Die Dauer schauen ja wunderbar aus. Das war wahrscheinlich der Frieder, nicht ein Teil dafür dauer zu trinken. 7,8 Meter, jawoll! Auf geht's zum Platzleid! Ein traumhaftes Panorama. Hier taucht so was von, das ist echt cool. Vielleicht ist es auch pur der Sauerstoff manchmal, aber es taucht man trotzdem. Der Nordenkurve ist ein Kollege. Ich weiß gar nicht, dass er so weit ist. Ich weiß gar nicht, dass er so weit ist. So, es ist 15 Uhr. Ja, langsam sollte ich wieder einen Plan machen. Ich denke mal, ich werde jetzt bald einmal gerne diese Dauern machen. Und in der Dauern dann entscheiden, ob ich vielleicht noch einen Fahrrad weiterfliege oder ob ich mich durchdrehe. Ja, 300 Kilometer würde ich schon gerne machen. Und auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch nicht, wie schnell ich heimkomme. Irgendwie sind die Werte so zu wissen. Es ist schwer, ein gutes Durchschnittsteigen zu bekommen. Ja, ich bin jetzt 148 Kilometer vom Sade entfernt. Das heißt, wenn ich einkomme, soll ich mich zu 300 Kilometer locker aufnehmen. So, jetzt bin ich 1000 Höhenmeter abgeklitten und sofort in einen 4 Meter, 5 Meter Bad eingestiegen. Also das ist natürlich herrlich für den Schnitt. Genial. Also die Linie durch die Dauern ist super. Ja, es tut mir fast leid, dass ich das nicht geilen gemacht habe. Das Mario fiegt nur 8 Meter. Alter! Was ist das für ein geiler Dauern? Da komme ich ja wieder zu. Ja, jetzt bin ich gerade so durch. Ziemliche Absattungen, die ja allerdings noch tragen, Gott sei Dank. Ich bin auf 3000 Meter Höhe. Also doch alles okay. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht zumacht, klarerweise. So, jetzt ist der Fall tatsächlich eingetreten. Dass ich die Absattungen ein bisschen abgeworfen habe. Das ist noch auf 2-2. Und werde jetzt dann erst aufs Dürttendorf-Dürttenschilbahn fährt. Und dass ich mich dann noch irgendwie rausarbeiten kann. So, es ist geschafft. Wir fahren auf 1600 herrunden. Jetzt wieder 1900. Und ja, 2 Meter Parten sind auch. Also, wer hat es Gott sei Dank gar nicht zum Präsenten herrücken kann. So, jetzt ist es halb 6. Ich bin jetzt schon über 6 Minuten in der Luft. Ja, wir fahren auf 27. Ich habe noch 57 Kilometer für den Einflug. Ja, schaut gut aus. Es kommen dann, lagt schon da hinten, aber hat der Befall auch noch. Also, wer fehlt noch 2250 Meter um 1. und es kommt dann noch nicht zurück. Ja, ja. Es bleibt gar nicht bis zum Schluss. Es bleibt gar nicht bis zum Schluss. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da muss ich mich dann mit 0,4, 0,5 herumschlagen. Auf knapp die 2000. Ich bin in einer Absackung allerdings. Ja, wenn es rauf geht, soll es mir recht sein. Und ich dachte, mein letzter Fluggerade bin im Ausstetten. Aber das ist ja spannend hoch 3, muss ich sagen. Ja. Hurra, ich habe dort noch den 1,5 Meter Bad gefunden. Ich bin auf 3,1. Aber den muss ich jetzt festhalten. Wenn ich den jetzt bis in die Wolke drehe, dann glaube ich, dass es Zeit kommt. Also heute ist wirklich alles dabei. Unglaublich. Das gibt es doch nicht. Vom halb sieben noch ein 3 Meter Bad. Plötzlich aus einem Himmel. Ohne Wolke, ohne nichts. Wahnsinn. Wahnsinn. Was ist das für ein Flug heute? Was ist das für ein Abenteuer? Ja. Das schaut gut aus. Jawoll, geil! So, es ist jetzt 19.04 Uhr, ich bin jetzt fast 8 Stunden in der Luft. Ich urbreche jetzt noch, mir fehlen noch 450 Meter bis zum Landeplatz. Also, es sieht danach aus, als würde es sich ausgehen. Ich bin guter Dinge, ein Wahnsinn ist das. So, es sind noch 23 Kilometer. Also, in Wahrheit komme ich jetzt schon am Landeplatz von der Bürgeralm. Und mit einem guten Gleitspfad komme ich auch vom Fiesling. Wahnsinn, super! So, es ist soweit. Der Enderflug ist so gut wie geschaffen. Wir fehlen noch 30 Meter auf die Sicherheitshöhe. Jawoll, jawoll! We are home! Jetzt müssen wir nur noch wieder eine schöne Landung machen. Aber auch das wird jetzt gelingen. Aber auch das wird jetzt gelingen. Gut gelandet! Gut gelandet! Gut gelandet! Alles ist noch eingeladen. Es gibt noch ein Technisch. Aber auch das mit dem Geschmack! Aber auch das mit dem Geschmack! Genau! In der Hande. Vielen Dank.